Mercedes präsentiert Anfang Oktober auf dem Autosalon in Paris die Europa-Version der A-Klasse-Limousine. Vorab geben die Schwaben erste Bilder und Infos aus. Mit knapp 4,55 Meter Länge überragt sie das Steilheck um 13 Zentimeter. Eine Mercedes C-Klasse ist zum Vergleich 13 Zentimeter länger. 420 Liter sollen ins Kofferraumabteil passen, ein Plus von 50 Litern gegenüber der Standard-A-Klasse. Zu Beginn sind zwei Motoren verfügbar, ein 163 PS Benziner und ein 116 PS Diesel. Ansonsten gibt's die Optik und Technik des Kompaktbruders. Ende des Jahres kommt die A-Klasse mit Stummelheck zu noch unbekannten Preisen auf den Markt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017